Was ist gut? Ja, es war wirklich super. Wenn es nochmal geht, mache ich es sicher nochmal. Ich habe es toll gefunden, mit einer Nazi-Spielerin zu trainieren. Ich habe das Training toll gefunden, weil es etwas Besonderes war und ich mich schon sehr lange darauf gefreut hatte. Mir hat es sehr viel Spass gemacht, mit den Nazi-Spielern zu trainieren. Eigentlich hast du dreimal richtig gemacht und nachher, dort, am Schluss, hast du Lust und dich verkehrt. Ich habe es toll gefunden, mal mit jemand anderem zu trainieren und es hat mir sehr, sehr Spass gemacht. Mit hoffentlich 6000 Leuten in dieser Halle, die für uns sind, für mich persönlich auch das absolutes Highlight meiner Karriere. . . . Vielen Dank.